Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von mit dem lieben Wolle und dem lieben Lachdorf. Viel Spaß! Ja, und da sind wir bei der nächsten Folge. Da lande ich gerade beim Wolle. Der ist nämlich heute auch wieder mit dabei. Servus, Hallöchen! Hallöchen! Und für den habe ich heute auch eine ganz tolle Aufgabe. Lieber Wolle, ich habe nämlich mein Haus fast fertig. Dann würde ich dich bitten, ich brauche noch ein Dach. Wenn du mir da vielleicht nochmal 70, 80 Holz machst. Also mein Dach ist ungefähr groß wie deins. 70, 80 Holz bräuchte ich. Und dann noch so Innenausstattung. Ein Bett, Kloake, 1, 2 Gefriertruhen. Heißschränke. Ja, genau. Was braucht man noch für ein Haus? Teppich kannst du ja schneidern. Schön großen Teppich. Zwei kleine. Ja, alles was man für so ein Haus gebrauchen kann. Genau. Du hast noch nichts. Keinen Tisch, keinen Tisch. Ja, ich habe einen Stuhl. Ja, ich habe einen Stuhl, einen Steintisch und vier Steinstühle. Also die habe ich schon. Aber alles andere habe ich halt noch nicht. So, für Eissschränke. Retterauftrag wurde bei dir angehalten, weil er keinen Heaven Lock hat. Gut. So, die Aufgaben für heute. Ihr seht es hier. Guck mal, wir haben offline hier die Straße schon ein bisschen weiter gemacht. Da wolle es super gemacht. Da muss ich wirklich mal riesig loben. Oh, so. Die Ecke, die machen wir, die passen wir dann schon noch an hier. Aber das wird quasi unsere Fabrikgelände werden. Ich sage mal, die Mammutbäume können wir hier noch stehen lassen. Vielleicht noch ein paar Lager dahinter. Aber hier davor wird alles Fabrikgelände links und rechts. Und deswegen ist das hier schon mal die Straße. Ist ja wie in so einem Industriegebiet wird ja auch zuerst erst mal die Straße gezogen. Die Boller hier, die kann ich einsacken. Offline haben wir auch noch hier die ganzen Büsche weggemacht. Die ganzen Pflanzen haben wir weggeräumt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist dann hier. Ein Strohbett brauchst du? Kann auch ein besseres sein. Also keine Strohbette. Ich kann noch etwas machen. Dann nehme ich ein Strohbett. Ich brauche aber vor Pflanzenforsern 22. Ich habe 28, bringe ich dir gleich. Sowieso die letzten Tage dieser Sense, weil ich mir nämlich gerade eine Eisensense mache. Ja, wir können nämlich ein bisschen Eisen herstellen. Das war noch nicht so viel, aber immerhin reicht das, um die ersten Werkzeuge aus Eisen zu machen. Was ja alles schon mal ein bisschen verbessert. Da zum Inventar. Gut, wo darf ich denn die Steine hinlegen? Besten hier vorne. Wir haben auch hier vorne noch brauchen. So, und wie immer habe ich wieder mal die Musik vergessen. Die packe ich gleich mal an. Ging doch gleich viel besser. Was kann ich mit vornehm Holz? Ich nehme mal eine Fuhre Holz mit. Brauche ich ja bei mir auch. Reparieren von Werkzeugen. Oh, Sumo-Scholz-Fällen. Nein. Ich habe doch hier hinten. Ach so, Deins. Nein, da bei der Fabrik, wo man die Fabrik hinbauen. Da hast du doch oben auf der Anhöhe die ganzen Bäume gelagert, die du gefällt hast. Ja. So, Sunstein-Kaltstein. Sumo-Kaltstein hier rein. Tut-Hut. Immer diese Flecken dann an den Rädern vom Hänger, ne, wenn man über so Tiere drüber fährt. Ja. Auch zu Glück ziehen wir den Hänger. So nicht, wenn die Schiene. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Oh. Deine Essens-Türe muss noch geölt werden. Was muss geölt werden? Deine Türe zum Essenraum. Die Knopf. Werde ich demnächst mit in den Angriff nehmen, lieber Wolle. Da ist nichts drin. Ja. Da ist nichts drin. Doch nichts. Nein. Mal gucken. Komm nicht. Aha. Da fehlt noch. Was fehlt denn noch? ein brett ein brett fehlt ich habe da verlinkt schmeißen da die bretter hin extra noch hätten locken macht und daraus bretter ach die 88 also der hat diese bretter in die kiste gelegt ins lager da muss ich die kiste auch noch verlinkt jetzt dürfte er deine spitzhacke fertig sein gleich ich gar nicht hin zu beides mit einem auch die schaufel gut ja noch oder mal die fahrt und stelle draußen hin die du jetzt welche gebraucht ist die nächsten steckt keine items maximale maximale an holz sensen ich gerade noch im inventar hatte ist null muss ich jetzt nicht verstehen hat zum inventar heute dein tagesziel ja für das erste wird erst mal reichen wenn du den nur andeutet also guckst wie weit die straße daran muss an die rampen ansetzt was machen der tunnel ist ja da wir kommen ja durch dass man hauptsächlich erstmal um die die straße kümmern und den platz hat auch steinchen so langsam wird es ja hier nach und nach und da hin so, sieh'n strafen kleiner werfe dach kleine antworten wolle ich komme wieder zu dir als erst mal die letzte tour und dann muss ich mich mehr um die schlager lager kümmern schön ein dann bringe ich dir jetzt noch eine faser er sucht die sieben geißlein ich finde das war eine gute idee von dir den tunnel durchzuziehen der erste tun auf jeden fall zweite tunel ob man den erst da hinten gemacht hätte oder einfach hier gerade durchgezogen hätte glaube er letztendlich auf gleich daraus gekommen auf alle fälle war eine gute idee man hätte genauso gut natürlich auch von mir unten in die andere richtung richtung bieten gehen können aber da wäre man die gleiche wüste gekommen es wird eine lager ja da habe ich irgendeinen stein den ich mitnehmen kann strafen steine nämlich den granit hier mit dem da muss er weg jetzt komme ich leider hier nicht mehr hoch also muss ich drüben lang das ist noch die büchenlopel jetzt an der stelle sei erwähnt ich habe mein disco server war ein bisschen aufgepimpt noch ein paar neue kanäle eröffnet moderatoren haben wir jetzt auch ich habe auch noch so ein autobot darauf getan der ein bisschen verordnung sorgt und wir haben ein level system das heißt je mehr man chattet umso mehr level kriegt man und ja noch ein paar andere sachen einfach mal drauf scheinen in die lobby und dann können wir auch gerne miteinander schreiben wenn ihr hinter öfters drin und natürlich könnt ihr gerne mich auf twitch besuchen ein paar mal die woche vorwiegend in den abendstunden so ab 20 uhr findet ihr mich auf axat 2 auf twitch und hier auf youtube seite ja eh schon da freue ich mich dass er immer schön meine videos anschaut genau liegen eigentlich die teile hier ach so das ist slack ist das slack was das eisen und da ist das gut dann gehe ich jetzt mal hier in die wiener rein und buddelt da ein bisschen weiter dass man die tailings mal wegkriegen schau mal wo sind wir denn eigentlich wir sind jetzt genau unter dem hohen berg also wenn man jetzt hier kein lager drunter setzen können kein gift lager weiß ich auch nicht wo man es sonst machen können auch wenn man es sonst ausgeht nicht so auch auch dachte wer steht da oben im eingang von der mine holz muss ich glaube ich habe eine steinlage erst mal voll ballern ja was machst du da oben wo es wird immer zugucken oder wie da wartet er hat sich hochkommen weil da ist zu faul runter zu kommen was sind die modernen tiere von heute die warten nicht bis das fressen das opfer die warten nicht bis man zum opfer läuft und die warten bis das opfer zu einem kommt hallo herr wolf glaubt da ist ja ist stark jetzt rennen darunter hat sich nicht runter getraut so lange ich da unten aber was will er da unten in der höhle ja So machen wir noch ein paar Kalksteinziegel Jetzt ziehen wir die hoch auf LV1 Das ist noch ein und weiter geht's mit ausbuddeln weißt du was gut wäre dass ich weiß nicht wie das ist wenn man jedes mal weil wir die berufe da unten die stehen ja da über unserer nährstoff leiste und da steht überall 600 mal 618 hat reiche bei mir wenn man immer für die berufe die punkte kriegen wird aber man kriegt sich scheinbar immer nur solange man das bisschen was erreicht hat am besten immer von unten abbauen der ganze track auf man kann da unten gar nicht mehr ab 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 noch eine runde im inventar gleich voll sein aber macht nichts können wir noch zwei rampen mit runter bringen da kann ich die zwei auch noch setzen ja sie jetzt ist eine feurte ich überfahre schauen ob der wolle da ist mitnehmen steine dann schauen wir mal bei einer haus utensilien sind aber erstmal die steine nach hinten arbeitszeiten kennen wir hier nicht arbeiten rund um die uhr ohne pause die pause heißt bei uns offline wo man dann trotzdem weiter arbeiten schauen wir mal wo der wolle rumrackert da vorne so wolle hat nur vergessen sein mikrofon wieder anzumachen ja wir sind nämlich jetzt wieder am ende der folge fast angelangt und ich wollte fragen ob ich die sachen schon mal abholen kann auch gleich noch in gottes weg bin ja 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 das sehe ich jetzt gerade keine da hinten hat das sind gelagert kann ich mir die irgendwie hol ich habe keinen zugriff weil die hier hinten liegen wo ich nicht hinkommen die auf sonstiges legen kann ich mir von dem anderen schon was fertig ich sehe es nicht doch 20 basic upgrade 1 könnte ich ja mitnehmen und zu zwei machen oder ja bei tun kann ja noch mitnehmen aber in dir lege ich ein paar faser noch ein wobei du 92 hast aber jetzt hast du 100 232 hast ein hänger ja dann werde ich jetzt offline ein bisschen an der mine weiter bauen ein haus darf so weit fertig stellen und du machst unten weiter den tunnel oder ok aber vorher verabschieden wir uns noch von unseren lieben zuschauern und diesmal kannst du es wieder sagen was dürfen die leute machen um kein video mehr zu verpassen genau das prinzip kennt ihr und hier ist mein haus in der nächsten folge wird es dann fertig sein ich sage danke fürs zuschauen tschüssi kowski und bis bald tschüssi kowski kowski